Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, äh, Roleplay von Server DragoRolia, mein Server und auch besten Dank an Gameplater für das Einrichten der Plugins und so weiter. Hat richtig Spaß gemacht den Server zu starten und einzustellen und ja wir sind hier in der Free-Build-Welt, das wird sozusagen die zweite Welt sein, nach der World. Die World wird ein Adventure-Map sein, wo ihr eine Geschichte erleben könnt und auch ein bisschen Rollenspiel machen könnt und hier in der Free-Build-Welt natürlich auch, es wird dann auch eine RPG-Welt geben, wo dann themenbasiert ist, dass jeder bauen kann, je nach Reich, wie das Reich so vorschlägt und so weiter und ja es sind hier gerade stärkere Gegner mit drei Zecken diese untergegangenen oder wie sie heißen. Drohnen auf der, auf Englisch, ja. Und, ähm, wir haben hier hinten, äh, kreativ kurz machen, wir haben hier hinten ein Mega-Tiger-Welt und dort werden wir unser erstes Haus bauen, also einfach so Standorthaus in dieser Welt. Gut, ähm, ja, wir machen mal ein Set Home irgendwo, damit wir nicht gerade so schnell, äh, ja, untergehen. Nein, nein, so lange laufen müssen natürlich. Sooo, ich denke mal hier oder so. Hm. Ja. Nehme doch den Berg hier. Als Tor oder so. Set Home House. Slash MV TPV. Oh, Nacht. Hm. Machen wir das kurz Tag, weil wir ja neu sind in dieser Welt und gehen einfach den Zombies und so aus dem Weg. Ja, die sterben immer, weil sie auf Land treffen. Also. Ja, eben. Nochmals. Kreativ. Die Sachen, die ich da zum Austesten genommen habe, weg. Und dann kann es losgehen mit dem Let's Play. Also Let's Rollerplay. Ähm. Ähm. So. Ja. Was machen wir? Wir werden eine Geschichte erleben, die uns dazu bringt, ein schönes Häuschen zu bauen. Äh, Schutz zu suchen vor Monster vor allem am Anfang. Und später ein bisschen Clinch haben. Mit anderen Rollerplayers. Ja. Ja. Und, äh, äh, der Server ist weitlistet. Also ihr müsst euch anmelden. Wird davor bekommt ihr keinen Zutritt auf den Server. Das könnt ihr am besten per E-Mail machen. Bis ich da ein Google Doc und, ja, ein Anwendungsverfahren gemacht habe und so. Und, ähm, der Server wird eigentlich ständig laufen. Also. Ich hoffe, wir werden nicht mehr den Owner verlieren. Weil ich ja der Owner bin. Und, ähm, deshalb werde ich den Server natürlich lassen. Auch wenn er nicht besucht wird. Ich werde hier mein Rollenspiel, äh, Let's Play machen. Ah, nicht drei. Ich vergesse immer, dass ich zwei Sticks weg, äh, zwei Denkelsticks weg machen muss. Ja. Das ist ein bisschen Flüchtigkeitsfehler gewesen. Ja, lassen wir die Werkbank gleich mal hier. Wenn ich schon drei habe. Hm. Soll ich da reinhüpfen? Ist das nicht ein bisschen zu gefährlich? Ist da nicht viel los in dieser Schlucht? Wir müssen eine Höhle finden. Ja, wir sind nämlich, ja, im Rollenspiel da. Und da sollte man nicht sterben. Das ist nicht so gut für den Charakter. Aber ein Schwein. Nee. So unfair bin ich nicht. Jetzt brauche ich momentan kein Essen. Die fliegende Blume nehmen wir mit. Tolle Höhenzahn des Fluges. Ja, was machen wir jetzt? Hühner töten. Ja, der Server könnte noch ein bisschen besser laufen. Aber das war ja mit dem, äh, Host24 auch so. Da werde ich natürlich auch zuvor ein bisschen anschreiben, dass es ein bisschen, ja, asynchronisch ist eventuell. Also, meistens ist der Cush nach dem Server installieren und so, das biegelt und so ein bisschen zu voll. Ja, weil die halt überall sparen, wo es geht. Aber das kann man nicht. Also, ich kann da einfach nichts machen. Aber ich glaube, der Server, also, das ist ja jetzt wirklich nur ein einzelner Let. Ich brauche Schafe. Ja, da sind Schafe. Also, jeder, der eigentlich schon mitgemacht hat in Tragorolia, darf auf den Server direkt. Der muss sich nicht anmelden. Also, an Sleby Bama und zum Beispiel Kev und so, ihr dürft auf den Server. Aber ich muss euch auch vertrauen, weil es gab ja ein bisschen Clinch mit dem Zentrox, dem Ghost-Zentrox. Er hat halt einfach sein kleines Kind ein bisschen rausgelassen und hat mich genervt. Da habe ich ihn halt zurück genervt und er hat sofort aufgegeben. Meine Witze, schwarzen Witze, sind einfach zu schwer für ihn gewesen. Tut mir leid an Zentrox, aber kann halt passieren. Es war nicht so schlimm, aber er war halt einfach tierisch genervt, weil ich so getrollt habe ein bisschen. Aber ich habe es nicht gern, wenn ich runtergemacht werde. Ich muss mich nicht beweisen. Ein GTA Online-Bike-Trick interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich habe andere Interessen. Und wenn da jemand so kernförmig da mich unter Beweis stellen muss, dann bin ich natürlich schon ein bisschen genervt. Und deshalb bin ich nicht gerade so gut auf kindische Leute zu sprechen. Also wer auf dem Server hier halt zu kindisch macht, der wird erstmal verwarnt und wenn er es wiederholt, dann müssen wir halt schon ein bisschen durchgreifen. Weil der Server, der ist für Erwachsene, also für Jugendliche, abjugendliche und nicht abkinder. Also Leute, die 10 bis 13 Jahre alt sind und sich kindisch verhalten, die müssen halt ein bisschen aufpassen. Also wir müssen irgendwo reingraben oder so, wir finden keine Höhle, wie immer. Schwarz-Eichen haben wir hier, das müssen wir uns merken. Zuerst aber mal eine Axt herstellen. Ja, hier könnte es gefährlich sein. Grief-Protection und so ist noch nicht drauf. Also Monster-Grief. Die Zombe, äh, die Screeper könnten noch viel Schaden anrichten. Ich glaube, dort ist eine Höhle, oder? Ja. Ja, aber wir sind schon ziemlich gut gestalten, ne? Das ist keine Höhle, das ist nur ein Wassergrad. Hm. MV-Info. Easy, okay. Hm. Ja, das sieht, sollte ich eigentlich nicht zeigen, aber ich hoffe, er netzt das nicht aus im Single-Player. Fairness ist halt auf dem Server auch ein bisschen groß geschrieben. Es ist eigentlich überall groß geschrieben, aber viele Leute versuchen das ständig irgendwie, ja, zu... Ding, jetzt müssen wir mal kurz schauen, welche Taste das war für die Minimap. Aber das ist nichts eher aus. Wetter PvP. Schnell nutzen. Ja, gut, aber, äh, wie macht man jetzt die Minimap an? Der wird mit meinem Mac, okay, das habe ich so geändert. J, mit B, mit B ist Wegpunkt, N, V, C ist Zoom, ja. Mit H machen wir die Minimap wieder weg. Das sind Fortschritte mit L. Hm, ja, da muss ich noch herausfinden. Gut, machen wir die Minimap jetzt, machen wir noch nicht auf. Aber es gibt eine große World Map, oder? Hm. Wieso heisst das BetterPay? Also, dass man einfach viel mehr Informationen bekommt, also XP, äh, wird angezeigt und so. Okay. Aber gut zu merken. Ja, es ist leider keine gute Höhle. Aber erst mal abbauen, ne? Habe ich schon kaputt gemacht. Machen wir halt nochmal so eine Spitzhocke aus Holz. Ja, liebe Minecraft-Entwickler, bitte mehr Höhen einbauen, die auch etwas beinhalten. Wäre ja nicht schlecht. Ja, da hat man auch immer so ein bisschen schlechten Start. Aber gut. Wenigstens Fakten herstellen können, wäre nicht schlecht. Müssen wir eine andere Höhle wiederfinden. Müssen wir eine andere Höhle wiederfinden. Oder einfach mal ein bisschen runtergraden. Wird dann schon gehen. Ja, da ist es glaube ich ein bisschen ein Rollback gewesen. Also ich glaube, bei der PvP-Map, ja, da aber wegen diesem Unterhöhlen-Blick, halt nicht gerade so, ähm, ja gut. Creeper? Creeper? Hau ab! Ja, wie ist die KI? Hä? Oh, gut. Hä? Seit wann? Ah, das ist vielleicht eine Anzeige von dem Beta PvP-Mod. Ja gut, das ist ja nicht so extrem überlegen und die dürfte ich sie auch nicht nutzen. Also der PvP oder RVR ist dann, ähm, ja, eher ja, so dass man die Spieler eigentlich, äh, ja, besser bemerken kann. Also besser sieht, wie viel HP sie haben und so. Dann halt einfach schon ein bisschen ausbalasiert, wenn alles machen wir benutzen. Ist doch egal, wir sind ja nicht so Profis, hoffentlich. Ja, es gibt dann sicher wieder mega Voll-Profis, die dann alles kaputt machen, aber gut. Dann dürfen die auch gerne mehr sterben. Auf die Guten, auf die Guten, bis sie töten, sterben. Bis sie fallen, hahaha. Ah, nein. Habe heute gemerkt, wie gut Spieler sein können in Champions of Recknen. Aber ich bin auch viel zu schwach noch, ich bin nur erst 1131. Ah, hier unten war das Heisen, das wir brauchen. Also Bett haben wir. Ja, gleich mal schlafen. So, aber draußen, nicht gerade da bei der Höhle, sonst können wir nicht schlafen. So. Ging aber schnell, he? Ziemlich gut. Nein! Du Wildschwein, ey! Ich wusste, dass er irgendwo in der Nähe ist, aber das gleich hier oben ist. Ich dachte, der wäre einfach hier mit uns mitgegangen. Aber gut, haben wir das geschafft. Ja, dann machen wir mal kurz. Wir müssen ja natürlich auf uns aufpassen. Wir sind nicht nur ein Spieler, wir sind ein ganzes Gespann von Spielern. Wir sind der alte König vom Reich untergegangen und müssen jetzt beim Reich abwarten. Es geht nichts anderes. Es gibt nichts, was uns aufhält. So, meine Damen, wir haben das vor. Wir müssen jetzt braten. Wir braten ein bisschen Lammfleisch. Lammfleisch, ja. Hammelfleisch, genau. Deshalb kam es mir so falsch vor. Und der Eisnerch. Ja, komm. Noch ein bisschen Kohle abbauen. Ein bisschen Stein sammeln für den zweiten Ofen. Ja, dürft ihr gerne ein paar Verbesserungswünsche oder Ideen sammeln und in die Kommentare schreiben. Es gibt viel, was wir machen müssen. Also ich werde auf jeden Fall das Let's Play so machen, dass ich echt unterschiedlich und schön baue und da auch gut Rollenspiel machen kann. Jeder, der auf dem Server ist, darf gerne dann auch ein paar Gebäude bauen, wo ich ein bisschen Rollenspiel machen kann. Also ein Shop wäre gut. Taverne. Ja, weil wir da bei den Eisbergen sind ja irgendwie so. Ich weiß nicht, was man bei Eisbergen macht. Einfach fragen. Ah, das wird auch schon. Das ist auch schon drin, ne? Äh, was ist es? S&T ist Protect. Ja. Okay. Komme ich sicher bald raus. Aber schön, dass es jetzt schon drin ist. So. Wir machen weiter mit Fockeln, damit wir ein bisschen weiterkommen. Als Noah mit 8 Fockeln. So. Das ist natürlich ein Schwert. Direkt mal ein Schwert zuerst. Gut. Und wir bekommen wieder 1000 Achievements. Ich habe extra die Achievements eigentlich ausgemacht, aber sie sind irgendwie... trotzdem an. Weiß nicht, was man noch drücken muss. Aber Properties habe ich ausgestellt, die Achievements. Weil das nervt natürlich schon allen Spielen, wenn so viele das gleiche Achievement bekommen. Also... Ja. Das ist einfach das Problem. Das Minecraft so mit der neuen Version halt einfach eingebaut hat. Auch, dass man nicht mehr G-Mode 1 angeben kann. Aber G-Mode 1? Ja. Okay. Das geht auch. Schön. Haha. Weil ich ohne bin, mache ich mich zum G-Mode 1, wenn jemand mich angeht. Nein. Scherz. Das werde ich natürlich niemals machen. Also ich bin AFK. Also fast AFK. So. Das Wichtigste haben wir. Ähm. Jetzt gehen wir wieder runter. Das erste Mal eher runter. So. Gucken wir doch mal, was wir so haben. Noch ein bisschen Kohle mit so einsammeln. Jetzt sind wir ein altes Modem. Leider vielleicht ein bisschen zu leise für euch. Das nervt ein bisschen, das XPSX. Ah gut. Es gibt keine andere Mini-Map. Xans funktioniert nicht bei mir. Das Spiel crasht. Und ein anderer Mini-Map-Mod ist eher so ein Lobob. Aus dem Weg. Diese Skelette. Kein Kopf. Kein Gehirn. Noch fauler. Ja. Äh. Eisen und Stabilität. Nicht so dein Ding. Das ist noch die Sternenspitzsacke. Aber wir haben gar keine Eisenspitzsacke. Guck mal. Ist ja klar. Aber wir sind eigentlich jetzt hier fertig. mit der Höhle. Dann können wir gleich mal noch kurz. Hier unten, wo es hell ist. Noch mehr Eisen braten. Schön draten auf leichter Flamme. Das ist einfach viel zu heißen. In meinem Sinne. Diese blöden PC. So grosse Grafikkarte. Vier Kerne. Und dann starke Lüfter. So. Ich zeige mal gleich. 19 Minuten. Können wir noch ein bisschen gemütlich. Das Haus bauen. Hm. Was sollen wir machen? Noch ein paar Fucken für das Haus. Dass es Nacht wird. Ja. Können wir schlafen. Ähm. Nicht so viel zu tun. Und zweiten Ofen. Und dann können wir wieder zurückgehen. So schön ausruhen. Mit diesem belastbaren Tag. So jetzt ist die Holzspitzhocke auch weg. Wenn es aufhört, können wir es abbauen. Hm. Das Buch ist dafür da, dass wir Rezepte haben. Ja. Wir können wirklich noch nicht viel herstellen. Aber Holz. Haben wir kein Holz mehr? Hm. Dann bin ich angezeigt. Ja. Die Steinsspitze. Äh. Den weißen Spitzhocke machen wir dann. Zu Hause. So. Gleich mal. Truhen. Ja. Die können auch machen. mit der Belgenfarbe dann mal rauskommen. Ähm. Ja. Lassen wir das. Haus. Gut. Also. Wir planen mal das Haus. So schnell. Äh. Machen können. Machen wir das mal mit dem. den. Den. Ähm. das bauen möchte. das ein bisschen größer ist. Aber es dürfen eigentlich so ziemlich viele. Ähm. Ja. auch ein großes Grundstück machen. Wieso nicht. Also. Ich finde es immer schlecht so eingegrenzt zu sein. Da wir auch Boote machen. Machen wir mal hier. So. Bis hier hin. Und wer sich stört. Der darf gerne mein Grundstück. zur äh. Verkleinerung anklagen. Äh. 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 Dragos. Äh. Three bid. Aus. Drago. Basler. Ja. Gut. Und ja. So mächtig wie OP. Und so müsst ihr natürlich schon verdienen. Oh. Interessant. So. Ähm. Haben wir gerade ein bisschen. Stein. Brutzlts. 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 Ach. Ich liebe das Textebek. Das ist zwar ein bisschen performance lastig. Aber. Ähm. Es ist einfach eines der schönsten. Also das N512 oder so. Mit Shade. Oh. Boah. Aber leider. Ja. Gefallen mir Schade ist nicht so. Sie überfordern mir meine Augen ein bisschen zu viel. Weil ich ja ADHS habe. Also ich weiss ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit. Hypersensibilität. Das man einfach aufhört. Anfälliger auf Augen. Äh. Überfordernde Sachen. Also was denn mit normalen Leuten jetzt nicht unbedingt überfordert. Zum Beispiel diese Blumstrahlen und dunkle Schatten und so. Das ist bei uns halt einfach stärker. Oder das. Das Gehör ist sehr sehr sensibel. Also da hört ihr wirklich als Kilometer Entfernung noch ein Lachen oder so. Es ist extrem. Es ist wie manchmal Grösche laut sind. Auch gut. Das ist eine andere Sache. Und ich spreche nicht so gerne drüber. Weil es eben halt auch ein bisschen Schwäche zeigt. Dass man ein bisschen schwächer ist als andere Leute. Dafür auch stärker ist. Das sind nicht nur Nachteile. Das sind sogar mehr Vorteile. Da bedenkt ich. Ich kann mega gut Fussball spielen. Oder anderen Sport machen. Ich könnte Späher beim Militär sein. Und würde wahrscheinlich extremes Talent haben. Und so weiter. Der Baum ist ein bisschen kurz klein. Deshalb rasieren wir den mal. Damit wir Setzlinge bekommen. Und ja. Ich muss kurz nochmal auf die Uhr schauen. 26. Erster Part kam 30 Minuten. Wird ja am meisten geschaut. Und eventuell auch am längsten geschaut. Wäre wirklich dankbar, wenn ihr natürlich auch ein bisschen Einfluss zeigt. Aber allen. Ja. Ich fordere von euch eigentlich ja nichts. Alles freiwillig. Aber ihr seht ja mich gerne. Und deshalb kann da schon nochmal ein bisschen das Beste kommen. Je mehr ihr macht, desto schneller kann ich wachsen. Und desto schneller wird auch die Qualität zu einem High-End-Produkt bei mir. Ich würde euch alles gönnen. Ihr seid meine Zuschauer. Und deshalb gönne ich euch alles. Ich bin sehr sozial und gehe danach nicht auf die Nerven und ignoriere euch oder so. Das ist nicht meine Sache. Auch wenn Tausende schreiben, ich werde da Tausende Kommentare beantworten. Ja. Ja. Also, nächstes Mal werden wir anpflanzen. Und ähm. Ja, weiterfahren, gell? Ah, schön. Ah, das liebe ich. So, der Drago hat schon etwas erlebt. Er ist jetzt ein bisschen höher als ein Strassenströner. Und er wird noch ein bisschen auf die Setzlinge warten. Und dann geht er in die Haia nochmals. Aber der Drago wird eventuell bald wieder zum König. Ich könnte einen anderen Skin wehren, aber wie soll ich Krone tragen? Schon von Anfang an. Der Drago ist ihm gerne ein König, aber einer der demokratisch, also ein Bundespräsident wird. Schön. Deutsch. Haha. Schweizerdeutsch. Ich bin ein Pauliner. Gut. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020